ich musste den kanal wieder wechseln alles gut weiß nicht wie ich da hinkomme keine ahnung war da gar nicht das ist merkwürdig ist egal alles gut der war ja ja ich habe es auch gehalten und boost schade am schuss vorlage ja kommt alter jetzt habe ich ein weg gemacht weil er den ball passiert da okay da ich komme ja egal oder ich habe mich verfehlt auch gott ist okay ich habe package los nee nicht mehr ich kann nicht mehr beiseite den hätte ich rein machen wollen nein man das hier auch dafür nicht bestraft werden oh gott war ich da ja das wird eng aber schön einsatz nahe schade genau auf ihn ja schade okay ich bin links von dir versuche mal da links zu spielen hat er gefaunt hat oder sie haben verkehrt die haben spanish gemacht haben die spanish kick auf keine ahnung mit dem mit dem und der toxische kick auf den es gibt das eine der hintere fährt zum demo und der andere fährt einfach nur fake kick auf das ist spanish scheint sah so aus irgendwie das ist also zeitste kick auf den es gibt er ist einfach spanish holy shit ist er drin leider nicht hat er noch gehabt jawohl mehr kann ich machen abgefangen ja mal drauf und deiner schade alter hat er dich vor seite gelenkt ja ok schade ach so ich dachte du gehst ja ich bin auch steiner ach schade ich bin gerade hingegangen und dann kam der andere schon wieder kommen und hat zurückgefahren geht aber nicht den normal als vorlage ja hier schade schade hier ja leider war er genau davor deswegen konnte ich ihn wunderbar abloggen aber die idee war gut die idee war schon ja genau war knapp knappes dick oder geblockt passiert nichts schön also halb wird doch gefährlich ich hab mir weggeschossen oooohhhh knappes dick alter ey ich hab mir einen weggerannt du hast viel space ja hab mir nochmal geblockt hier schade oh nein der andere schieß ist ok ist nicht drin sehr schön ja ja rekt damit nein hab ich überspielt hab hab ich noch ah oh den hab ich noch oh mein gott den trage ich rein oh gott guter pass schönes ding what a play alter ho 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 aber gerade noch dran gekommen mit dem sprung what a save by the way ja danke der war krass schön geschossen haha ja danke kein problem alter ja ist drin ist drin ich kann nur machen drin ist drin oh ja ah schade oh ja 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 fabian ja sehr schön ja ja komm bisschen stärker ich hab den wecker du hast Zeit ja hab ich auch schön hab ich da hab ich eigentlich was auf whatsapp zu geschickt äh ich hatte gestern ähm konnten wir halt die hießen hab ich und da mein ich auch hab ich mit zwei h ja 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 krieg ich noch letzte chance letzte chance hier vorlage oh ich steh dumm schade scheiße egal oh der andere ist zerstört wieder ach schade hier geht aber schon nicht schlecht ach das ist übrigens dieser martis schradio wie der heißt also der typ hinterher habe ich der moderator der hat mittlerweile videos der reagiert auf sich selber und das habe ich eigentlich gesagt und geschickt er konnte nicht mehr danach er meinte dann extra für content oder wie nochmal alles hochladen okay auch nicht schlecht okay deiner ich bin rechts ja ich bin rechts oh nein vorlage der andere kommt schönes ding ganz normal schade kein boost so richtig oh schön wenn der drin ist der ist leider nicht wahr oh ich kam ich kriege nicht okay er hätte gestoppt schöner pass hörst du mich noch okay ich muss mal eben wieder in den chat glaube ich ja ich bin raus nein nicht melden zack bist du da so bist du da ja ich habe für dich eben meine kick-off gemacht ja ich habe äh musst du wieder den chat wechseln also ganz komisch in dir dass sich das so einstellt aber okay habe ich halbwegs gut ja na nee da gehe ich nicht drauf nee das hat man nicht wenn du ihn hast ich habe keinen boost ich habe einen Pfostenkolli hier oh ist das eng ich habe einen weggerammt okay ja ich habe den nächsten weggerammt ich habe immer noch keinen boost okay ah er misst er misst ich habe ihn geblockt sehr schön ich kann bewusst sein das ist schon mal gut ja kannst du genau da der ist drin war ne da nicht schade nein unlucky knappes Ding vorsicht ja holy shit ich bin tot ja der hat mich gekillt ja er hat dich direkt shot gefahren oder war das die M16 what the fuck was machen die Gegner da die haben sich selber grad test for denied habe ich nicht aber sollst du haben ja kannst du den schade nein ich habe den bisschen blöd gespielt muss ich sagen alles gut alles gut ja da hätte ich den hätte ich schon haben können von daher alles gut alles gut null problemo hier ja ja jawohl der ist drin jawohl der ist drin guter schuss danke kennt den ja der andere war ein bisschen weit oben ach so der andere war ein bisschen weit oben ok du ja ja ich hab ich hab gerade gemerkt ich geh mal zum boost ja ja ich hab's du hörst mich ne ja ok das ist doch meine interception chat probleme pass ah scheiße ne alles gut ja wenn du nochmal kannst ja oh nein ah ich bin im tor jetzt kommt ein bisschen cover mäßig oh nein oh mein gott sehr stark danke das drin schönes ding hat er selber gemacht oder hast du ihn geschossen äh geschossen ja du siehst an meinem chat was er gemacht hat äh zack bumm auch nicht schlecht da ist der wind ja früh drin hat er nicht drin oh hat er doch scheiße schade ah gut 3-2 3-2 puff ja und ich dachte er geht daneben ah schade 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 mal ich hab mir einen gedemboot oh Gott ich dachte du gehst ja dachte ich auch oh ich häng fest abfausten ich komm fall runter ich fall runter ich hab keinen boost dafür oh mein gott und dafür ich hab immer noch keinen boost ok ok ja ich kann ihn so spielen mehr kann ich nicht machen ich hab immer noch keinen boost nein ach scheiße ich wollte grad drauf wusste nicht dass er da wirklich dran kommt ich hab ihn hat gereicht ja jetzt musst du hören weil ich hab immer noch keinen boost ich hab alles getan was ich konnte er hat mich geblockt oh ja hab mich beiseite gefahren er misst ja der andere kommt vorsicht oh oh ich hab ihn gefakt hat er nicht hat er nicht drin hab ihn hab ihn den boost geklaut ja hab ich gesehen ich hab ja selber wenig oh sehr schön oh schade klappt es nicht schon geblockt ja ja sollst du genug Zeit für dich sein ich brauch den boost drängender ja alles gut schön also die neigen sich selber immer wieder das ist richtig komisch ja haha oh schade fast sogar noch ein double da rausgemacht jawohl come on der geht jaaa alter what a play schöner pass da hahaha hahaha läuft haha sehr schön nice komm dann kriegen wir dich wieder aus dem platin raus haha aber ist natürlich auch nie so leicht muss ich sagen wenn man halt wirklich so viel besseres spielt also bei IQ ist ja auch manchmal der Fall naja wie sind die alle schon so hoch das ist natürlich dann mega nervig vorsicht du bist allein kurz okay ähm geht nicht okay ich habe keinen boost mehr ich hätte sonst gehabt da jetzt habe ich wieder boost ja bin ich aufgelenkt okay der andere sucht noch den boost ja schönes Ding hat er nicht ne der ist okay schöner pass das läuft guck aber was macht er da wieso fährt er da zum boost das verstehe ich denn tja dachte er wolle er wird schneller gg ja sieh sieh nice sehr schön das läuft ja jetzt noch mal was fürs für Korn ja jawohl haha okay der eine war dir eins aber ist auch nicht ist egal das stimmt haha na guck mal perfekt ja das ist das ist wie das war